Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 14 Seasons von den RPK Gaming Pros. Natürlich wieder mit mir, dem Pierre am Start. Natürlich. Ja, wie ihr seht, ein Spiel verloren, weil ich hatte eben... Das ist halt der dritte Anlauf, wo ich aufnehme. Mein Internet ist einfach nicht im Gang zu bleiben. Also auf der Xbox, mein Lagenkabel ist irgendwie... da gefickt. Ich hab aber erstmal aufgenommen, dann hat es nicht funktioniert. Mit dem Gegnersuchen, bla bla bla, scheißdreck. Und jetzt... Ach, hat es funktioniert gehabt, und dann ist man wieder abgerauscht. Und das Spiel hat natürlich als Niederlage gezählt. Also was auch sonst. Ja. Jetzt hoffe ich, dass es jetzt... Nicht wieder abrauscht. Das hoffe ich sehr inständig. Weil ich leider Lust habe, jetzt wieder zu verlieren, nur weil mein Internet denkt, es müsste hier ein bisschen... Spasten machen. Tja. Ich spiel gegen Barcelona. Mein nicht gegen Real Madrid. Ja. Und jetzt fange ich glaube ich schon das dritte Mal damit an. Ich bin, wie gesagt, ich bin ein bisschen pissed auf, weil die Bayern heute gegen Hoffenheim gespielt haben. Das ist der 29. Und bin erst pissed auf, weil die nur, weil sie 3-3 gespielt haben nach 3-1-Führung. Ey. Das hat mich so aufgeregt. Leute, das glaubt ihr gar nicht. Klar hat das schon angefangen für die Bayern, aber sie haben sich so zurückgekämpft. Mit den drei Toren. Innerhalb kurzer Zeit. Und dann haben sie dieses 3-1 noch vergeben, ey. Unglaublich. Ich rede, verpässt euch. Oh, den Ketrivi noch. Alter. Lol. Okay. Das war ein bisschen... ...sehr, sehr... Oh, das war nie... Ketrivi noch faul, oder was? Oder war das einfach nur eine gute Grätsche? Angezeigt. Ich hoffe, zweiteres. Komm. Kämpf dich durch, Matsukic. Du willst doch auch. Du willst es doch auch. Komm schon. Oh. Mann. Boah, ja, komm. Thiago, der... der Ex-Barser-Spieler. Alter, das ist gerade... ...de mich hart abfuckt. Wie auch gerade ich spiele, ist einfach... Oder dann muss ich, wie kann man einen Spieler verspielen, das kann etwas... Ja, hallo, ich drücke ganz tausend mal den Knopf zum Passen, ey. Boah, ja, der Torwart hält den noch, ey. Komm, du Lutscher, ey. Das ist ein richtiger Lutscher, der Torwart, ey. Ein richtiger Lutscher. Komm. Das war ein Eck-Tor hier. Oh, ja. Ja, genau. Taut halt natürlich alles. Der hat mein Freund, da ist keiner von deinen Leuten. Und da macht man Zuckic das 1 zu 0. Ja. Bayern-Barca 1 zu 0 nach 17 Minuten. Und, ja. So. Nein! Komm, ich habe ein paar... Dante. Ah, schön, Alaba. Komm. Und wieder ich... Leute. Für einen kurzen Moment dachte ich, dass das Internet kackt ab. Weil auch beim letzten Mal... Ist, weil Internet ist... Oh, jetzt habe ich kurz ein kleines Standbild. Oh Gott. Das macht mir gerade etwas Angst. Diese Lags. Wenn ich ehrlich bin. Die machen mir gerade sehr Angst. Das erste Mal, wer wäre nicht froh, wenn es wirklich am Internet liegt und nicht, äh... dadurch, dass das LAN-Kabel gleich wieder seinen Abgang macht. Und mein Zuckic 2 zu 0. So muss das laufen. So und nicht anders. Bam. Kopfball von Robben. Noch schön gehalten vom Tauwartmann. Macht da da, Mann. Zuckt sein Kohlerball ins Tor. Aber das ist egal. Komm. Jetzt spielen wir den Ball hier und so. Auf Robben. Der nimmt ihn fast perfekt. Alter, Götter. Alter, komm. Alter, Vater. Alter, Alter, komm. Hm. Komm schon. Immer diese ganz kurzen Standbilder, äh. Nein. Mein Freund. Ah, scheiße. Da wollte ich's... Alter. Er geht auf lahm. Er geht auf lahm. Sauber. Ja. Den verliert lahm wieder. Weil diese Lecks ist gerade... Unmöglich machen hier, ohne sich Spiel hinzulegen. So. Wat? Wat? Wie abseits? Moment, Leute. Ah, bin ich wieder. Ich muss ja kurz mal meine Eltern ein bisschen entziehen, dass sie nichts von rumbrüllen, ey. Nein! Ich weiß, ich wollte ja... Ruffig zumindest. Wollte ja mich reden, und nicht meine Eltern. Jetzt noch was natürlich... voll und ganz verständlich ist. Oh, Alter, war das ein Scheißpass. Komm schon. Dante. Den holst du dir. Nice. Schön gemacht, Dante. Richtig schön von Dante. Warte, hier läuft einfach keine Sau mit, ey. Boah, der war richtig schön gespielt. Der war richtig schön gespielt. Und das macht... Man zuckt jetzt das 3 zu 0. Hahaha. 38. Minute. 3 zu 0. Und wer macht's rein? Der Mann zuckt jetzt mit seinem Headtrick. Hat-Trick, Alter. Hat-Trick. Hammer, ey. Ach, komm, jetzt bin ich schon verarschen. Ach, so jetzt lasst die Spiele muttern dann doch total auf. Auch wenn die Bayern nur 3 zu 3 spielten haben in der Bundesliga heute. Machen sie beiden hier besser. Und jetzt macht Banzukic sein viertes Tor. 4 zu 0 nach 41 Minuten. Hahaha. Was ein Spiel, Leute. Der Hammer. Würde mich nicht er. Es war zu befürchten. Es war zu befürchten. Leute, bitte ganz kurz entschuldigen. Nein, ich gehe jetzt nicht auf die Lette. Nein, 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 nein. Das wäre jetzt unangebracht. Wenn ich jetzt auf die Lette gehen müsste, wäre das ziemlich unangebracht. Wir haben gewonnen. Titel Liga 9. Wir haben ein stabiles Filo gefeiert gegen einen Scheißgegner. Wir machen noch ein Spiel. Natürlich. Na, komm. Gegner mit einem ähnlichen Gegner gefunden. Komm. Joine. Ah, ja. Das ist so gut. Das ist so gut. Wir haben gewonnen. Und zwar 4 zu 0. Ich weiß, Leute, ich bin jetzt nicht gerade bei den Spielen. Die frohe Person. Die glückliche Person da. Aber ich bin eher so gerade ein bisschen in neutraler Stimmung. Natürlich freue ich mich über die Tore. Aber ich breche ich hier nicht in Jubeln aus. Weil einfach, ja. Ich habe schon so viele Spiele wie FIFA gemacht habe. Und so ein Spiel, wenn ich da 4 zu 0 führe, da freut man sich echt nicht mehr. Boah. Dann natürlich nehme ich gerne für euch auf. Das ist gar keine Frage. Man würde es nicht machen. Ich weiß nicht, aber... Ja. Ich spiele ich dann so lange FIFA. Ich habe schon so viele Spiele gemacht. War schon in Liga 1 in Seasons. Boah, jetzt habe ich aber wirklich gerade Hardcore-Lacks gehabt. Deswegen bin ich jetzt frisch jetzt nicht in Jubelphasen aus, wenn ich hier mal ein Tor schieße. Natürlich werde ich das... Kommt das immer wieder. Wenn ich jetzt ein geiles Tor mache oder sowas, dann freue ich mich auch mal. Ah, Ficken, Mann. Da wollte ich es zu schön machen mit Ribéry. Das war... Vorher zu sehen. Also ich den nicht reinmache. Boah, schön gemacht von Dante. Dann holt sich Ribéry. Und den macht Manzukic rein. Was für ein geiles Ding, ey. Jetzt muss ich mich wieder freuen. Weil der Typ einfach... Grandios spielt. Im letzten Spiel vier Tore. Jetzt wieder das... Oh, scheiße. Jetzt hat er noch da. Hallo, hallo, ja gut. Okay, alles gut. Jetzt macht er wieder das Tor. Unglaublich, dieser Manzukic, ey. Muss er gerne jetzt seine Taktik überdenken. Wenn wir irgendwie nicht gewinnt. Nämlich gar nicht. So, jetzt bin ich mit dem Ball auf. Boah. Komm. Scheiße. War das geil, ich spielte einfach nur, ey. Ah, dann ist Ribéry den Ball so vorgelegt, ey. Muss gelb geben für die Gläder. Muss gelb geben, ey. Das war mal wohl. André ist in jetzt, da, Mami. Siebte Minute. Ne, lol. Oder war das neunte Minute? Alter, wir haben da alle ummeh, ey. Ja, es war gelb. Heul nicht so rum, du Lappen, ey. André ist in jetzt, da, Mami. Ich bin scheiße. Oder hinten. Das ist eine komplett frei. Kommt der Ball an. Er kommt an, aber leider. So. Oh, das macht, oh, das macht er schön gespielt, aber leider. Nicht schön genug. Oh, das macht jetzt natürlich super. Sieht, ah, da wollte er Robben anspielen, ey. Das hab ich gewusst. Oh, mach doch den Trick, ey. Alter, ohne Scheiß. Was machst du da, Mann, Zuckic? Alter, der geht auch ins Aus, oder? Ja. Ich wollte schon sagen, ich hab grad keinen Überblick mehr gehabt über das Spiel. In der Situation gerade. Boah, das macht Robben natürlich klasse. Schon wieder läuft er da. Robben! Und dann macht er das 2 zu 0. Nach 17 Minuten. Ah, so ein Lauf von Robben. Lässt er außen zwei Spieler stehen. Läuft nach hinten und schießt das Ding rein. Bam, er ist hier den einen. Dann kommt er eigentlich nicht hinterher. Aber einfach nur einer, sorry, nicht zwei. Aber dann kam die abwändig mit daher. Und dann macht er einen mit seinem starken rechten Fuß. Den Ballenstor. 2 zu 0. Der Fenty wieder, fängt richtig geil an. Muss ich sagen. Also ich mein, das ist einfach richtig geil, ist hammergeil, Alter. Ich bin aber auch voll hart am Rapen. In Seasons. Genau wie ich und Alex in, äh, Koop-Season. Wir sind momentan ja gut drauf. Das habt ihr nämlich schon, wisst ihr ja bestimmt schon, äh, dass wir eine unglaubliche Siegsserie haben. In Seasons. Und die natürlich halten wollen. Ja, ich hatte gerade ein bisschen, äh, oh, nice. Ah! Komm! Oh, komm! Vielleicht will ich, ich will dich so mal herüber, das mach ich mir jetzt nicht so schwer. Oh, neuer! Angeläuft von der Großen. Oh, der klickt den Ball natürlich noch. Ah, da, 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 da. Nein! Mann, der rollte bei einem Millimeter. Nein. Oh, fuck. Komm. Schau. Und dir. Nein! Was machst du da? Mann, ist so eine Scheiße, ey. Komm, moin rein. Ja, genau. Nein! Nö. Oh, komm, ey. Ah, ich spiel so einen schönen Fußball. Mann, so geht's. Und das 3 zu 0 nach 28 Minuten. Hahaha. Mann, ich, einfach die Gitter... Oh. Das war jetzt hoffentlich äh, die Gegner rausgehen, oder? Ja, ich bin noch drinnen. Okay. Gut. Wiedergewonnen. Mhm. Erstens spielen Liga 8. Haben wir geraped. Wieder die Apika-Raping-Pros in Form von Pierre, von mir am Start hier. Und, äh, ja. So, Leute, dann warst du es von der Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!